Hier ist Laura und der hat noch gar keinen Helm. Nein! Da muss er nochmal rein. Hallo! Ja, das kann ich dir genau sagen. Und zwar einen Helm. Da waren Helme. Nee, die kann er noch nicht tragen. Dann kriegt er auch eine Lederkappe. Zack, die zack. Das sollte jetzt eigentlich ziemlich gut aussehen. Danke, dass du hierher gekommen bist. Kommt bald wieder! Und ich würde sagen, ich mache eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann gleich wieder, weil ich muss mal ganz dringend für kleine Jungs. Also, bis gleich! So Leute, hallo! Wir zurück am Start. Und ja, es geht jetzt einfach mal weiter. Ähm, wir haben gerade die Schmiede besucht. Da sind Pferde! Können wir uns eigentlich welche kaufen? Puh! Du fragst mich? Wir sollten uns die Schmiede aus diesen Händen gehen, wenn wir hier satteln. Alle diese Schmiede, die mir geholfen haben, waren ein Paar Jacks und eine halbe schmiede Mare. Die Jacks, die ich mit für einen Preis verbrauchen kann. Doch nicht für halb so viel, als ich eine Woche vorhin hatte. Sind Sie interessiert? So, ähm, das hier ist ein Maltier-Verkäufer. Maltiere sind eigentlich dazu gut, ähm, die sind ein externes Inventar, wo wir noch mehr Sachen lagern können. Ich bin echt verleitet, einen zu kaufen. Er hat uns gesagt, Und Crooks finde, wir hätten diese Schweine gleich vertreiben sollen, als wir hergekommen sind. Die Dumpfresser haben mir nichts als zwei Maulesel um eine halblamme Stute gelassen. Die zwei Maulesel kann ich verkaufen, aber für weniger als die Hälfte als vor einer Woche. Interesse? Und wir werden ein Maltier kaufen. Da ist es. Hallo! Und es ist erstmal angeschlagen. Wie sieht... Oh, ey, leck mich an. Arsch. Geiles Inventar. Da können wir so viel lagern. Das wird richtig geil noch. Ist hier drinnen noch irgendwas? Hier drinnen ist nichts. Sieht zumindest nach nichts aus. Ja, okay, dann heißt es erstmal wieder los. Hier ist noch jemand. Die gute Mara. Wieso die Crooks glauben, sie glaubten, sie könnten in Stormbridge magische Artefakte finden, kann ich wirklich nicht sagen. Sie sind hier durchgezogen und haben alles zerstört. Was nicht magisch aussah. Alles andere haben sie gestohlen. Es war schrecklich. Mehr. Ein paar Mistgabeln und Schürhaken sind kein Grund, um ganz Stormbridge am zehntestein zu richten. Was ist dieser Zehntestein? Ich hoffe, ich finde es nochmal heraus. Erstmal egal. Gresh sagt anzünden. Gresh sagt einschlagen. Wenn mir dieser Gresh jemals unter die Finger kommt, wird er sehen, was ich einschlage und anzünde. Okay, Gresh scheint ein Anführer der Crocs zu sein. Äh, der Crocs. Der Crocs. Was haben wir hier? Bei Ethan. Ethan. Den Namen habe ich doch schon mal gehört. Ethan. Ah, doch, stimmt. Das war doch das Buch, was wir vorhin hatten, ne? Ich glaube schon. Irgendwo haben wir doch ein Buch mit Ethan gelesen. Ich könnte euch zumindest schwören. Hier ist ja ein Elchskopf mit einem seltsamen Geweih. Das scheint eine Schenke zu sein. Guten Tag. Easy. Ich werde mal den Ton ausmachen. Ich werde es eh jetzt alles vorlesen, weil ganz ehrlich, ist mir ein bisschen zu nervig. Wir haben kaum noch etwas übrig, seit die Crocs uns überfallen haben. Ich weiß nicht, ich weiß wahrhaftig nicht, welche Beute sie hier bei Ethan zu finden hofften. Zum Glück sind sie jetzt weg. Okay. Keine Ahnung, wenn ihr müsst, aber erinnert euch, dass Ethan's Roost immer öffnet ist. Rain oder Schein. Ich werde etwas Interessantes erleben. Normalerweise kosten meine Dienste ein Vermögen, aber um hier herauszukommen, wäre ich sogar bereit, meinen Preis zu verringern. Was haltet ihr von meinem Angebot? 900 neben Leben, Kollege. Kannste knicken. Ich würde sagen, ich habe keine 900 Gold für einen Zauberer, der wahrscheinlich nicht mal richtig was drauf hat. Hauptsache, dass ein Maultierentier mit drin rum. Gut, hier oben haben wir noch... Oh mein Gott. Hier haben wir noch Ella Flussstern. Oder Fluss... Flussstern? Oder Flussstern? Keine Ahnung. Der Angriff gestern Abend war schrecklich. Ich konnte meine Haut gerade noch retten. Wenn meine Schwester erfährte, dass die Krux hier... Was die Krux hier eingerichtet haben, wird sie außer sich sein vor Wut. Oh, aber bestimmt befürchtet sie, dass ich verletzt wurde. Sie ist Bogenschützin der Legion in Gletschertal. Wenn ihr dorthin geht, könnt ihr ihr ausrichten, dass es mir gut geht? Ich bin sicher, sie wird euch belohnen. Sie heißt Ada. Oh, hoffentlich macht sich Ada meinetwegen keine Sorgen. Gut, Gletschertal dauert glaube ich noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. In diesem Raum hier ist nichts. Oder? Können wir die Tür öffnen? Nö. Gut, wir gehen weiter in den nächsten Raum. Dort liegt... Hier ist gerade jemand aus dem Bett gefallen. Haben Sie denn gut geschlafen, Mr. Rusk? Hey, pass mal ein bisschen auf, auf wen ihr da tretet. Ich hab'n Schwert und kann's benutzen. Wenn... Wenn ihr... Was? Wenn ich nur nicht den verteufelten Kater hätte... Oh, ständig wirkt mich einer und erzählt mir irgendwelchen Unsinn von wegen Dörfer retten. Aber ihr, ihr seht aus, als könntet ihr für meine Arbeit bezahlen. Für eine Handvoll Gold kriegt ihr den besten Schwertkämpfer, den es gibt. Einverstanden? Nein. Der verlangt ja noch mehr als der Zauberer. Garantiert nicht. Wir haben erstmal eine gute Gruppe hier. Zusammen mit Gjorn und Ulora. In diesem Raum ist auch nichts. So wie's aussieht. Nö. Dann gehen wir wieder runter. Erstmal genug gesehen. Ab zum nächsten Gebäude. Wow. Gut, da waren wir. Da waren wir. Dann heißt es, geht weiter runter. Da ist noch eine Kirche. Sieht zumindest so aus. Oder eine Kapelle. Hier steht auch noch jemand. Die Ordus Jeral. Oder der Ordus Jeral. Ist ein Der. Ich wär am nördlichen Wachtturm stationiert, als uns die Krux in mehreren Wellen angriffen. Wäre ich nicht so störrisch gewesen, dann hätte... Dann... Was? Dann wäre ich noch rechtzeitig daheim angekommen und hätte sie... ...vom Anzünden meines Hauses abhalten können. Ich bin sicher, dass der Turm jetzt voll von ihnen ist. Aber vielleicht haben sie noch nicht herausgefunden, was das Arsenal im Keller geöffnet... Wie das Arsenal im Ke... Wie das Arsenal im Keller geöffnet wird. Es wäre furchtbar, wenn sie unsere noch verbleibenden Waffen und Kru... Wenn unsere noch verbleibenden Waffen den Krux in die Hände fallen würden... Wenn... Alter... Wenn unsere noch verbleibenden Waffen den Krux in die Hände fallen würden... Wenn ihr euch vor der Aufgabe nicht scheut, könnt ihr sie gerne haben. Das klingt doch mal ziemlich geil. Also ich möchte ganz gerne die ganzen Waffen in dem Wachtturm sehen. Vielleicht gibt's da ja was. Und ansonsten... Sobald ich aus meinem Haus gerettet habe, was zu retten ist, kehre ich zum Turm zurück. Okay. Ein neuer Auftrag wurde immer... Auftragsbuch angenommen. Okay. Dann gehen wir nochmal in die Kapelle. Ich bin ja gespannt, wo der Wachtturm ist. Was steht da? Schrein der Passion. Aha, aha, aha. Hier gibt es auch ein paar Leute. Eine gute... Adwana. Adwana. Das göttliche Feuer brennt in euch, Kind. Ich kann eure nützlichen... Ich kann... Ich kann euch nützliche Tränke gegen geringes Entgelt anbieten. Wollt ihr sie sehen? Ja, doch. Möchte ich doch ganz... Oh, ho, 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 ho. Hallo. Oh nein, die sind alle so teuer. Kacke. Oh, wiedererfetten. Nein. Voila. Geile Scheiße, ey. Was gibt's denn hier? Sepp. Ich würde sagen, Sepp kaufen wir einmal. Genauso wie... Ne, heilende Hände haben wir ja. Was ist das hier? Körper verbrennen. Zerstört die Leiche eines Gegners mit Flammen. Einzelne Anwendung. Das heißt, das ist so ein Zauber gegen... Äh... Gegen Wiederbelebung, denke ich mal. Das wäre ganz gut gegen die Schamanen. Säuredämpfe. Das Ziel wird von einer Kleinsäurewolke umgeben, die Gegner in ihrer Reichweite beschädigt. Auf 51. Das ist ein Kampfzauber. Stufe 1. 1. Was haben wir noch? Verwandeln, verwandeln. Wiedererwecken. Schrift... Also, das ist eine Schriftrolle. Schriftrollen kann man nur einmal benutzen. Dafür braucht man aber nicht die, ähm... Zauberstufe. Das ist nicht schlecht eigentlich. Magische Rüstung. Wut. Fügt einen Punkt zum minimalen und maxim... Und einen Punkt zum maximalen Nachgangsschaden auf Kosten von Gesundheitspunkten hinzu. Das klingt eigentlich... Ja. Brauchen wir eigentlich nicht Blitzen. Okay. Feuerregen. Wiedererwecken. Feuerregen. Explosionspulver. Ah, ich... Ich, ähm... Ey, erinnere mich gerade wieder... Wie geil ich da... Wie geil ich... Und stolz ich damals auf meine ganzen Zauber war, ey. Ja, der Wasserspeier beschwören. Oh, ganz im Schwörungszauber, ne? Da kommen nachher noch so... Awesome Zauber. Tanzender Zap oder Sepp. Zielsuchende Blitzkugeln werden auf das Ziel geschleudert... Und schädigen Gegner, die sie berühren. Scheißigal... Killergrä mal beschwören. Okay. Ja, der Wasserspeier... Ja, der Wasserspeier... Ich hätte ja schon gerne in den Zauberfliegen... Ja, der Wasserspeier, ne? Tränke sind alles dasselbe, außer hier... Kleiner Verjüngungstrank. Stellt beides wieder her. Und verschiedenes Zauberbücher. Wir kaufen mal noch ein Zauberbuch, würde ich sagen. Und dazu kaufen wir... Noch einmal Sepp. Einmal... Einmal das. Und Heilende Hände. Dann kann nämlich jeder von unseren Leuten Heilende Hände... Und Sepp und Feuerdingens zaubern. Das ist nicht schlecht. Ich würde sagen, das reicht es dann erstmal. Dann gucke ich doch mal. Dass ich das hier alles richtig... Ist das ja eine Geschichte der Azuniten? Das ist wahrscheinlich das Buch von ihr, ne? Sie hatte gesagt, dass sie Schriftstellerin ist. Ähm, gut. Hier ist das eine Zauberbuch. Das ist unseres, ne? Ja, das bleibt auch unseres, weil da sind schon ziemlich geile Sachen drin. Zum Beispiel Feuerbolzen. Feuerbolzen können wir wieder hier hin. Und Heilende Hände bleibt auch da. Dann wählen wir mal das an. Da ist Feuerbolzen nämlich schon drinne. Dann packen wir Sepp noch rein. Und Heilende Hände. Haben wir nur einmal? Das ist schlecht. Gut, dann kriegt Laura noch einmal Heilende Hände. So. Und das dritte Zauberbuch. Da kommt dann Sepp und Feuerkugel oder Feuerbolzen rein. Dann kriegt das Buch der gute Gjorn. Und das Buch kriegt sie nicht. Das ist nämlich unseres. Oder? Ne, das ist nicht unseres. Das ist unseres. So. Das heißt, das kriegt die Ulora. Bitte anlegen. Und anlegen. Dann haben sie nämlich jetzt alle schöne Sachen. Das sieht wunderbar aus. Ein wunderbares Team, wenn ich dir mal so sagen darf. Oh, jetzt habe ich gar nicht mit der anderen Dame gesprochen. Nicht mit dem Maulesel. Meine Güte. Die heißen mich Naidi. 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 Okay, eine Zauberin wahrscheinlich. Verzieht mein Ansehen. Was? Verzeih mein Aussehen. Im Kampf gestern Abend traf mich ein Pfeil. Aber ich bin nicht schwer verletzt. Edwana hat mich zusammengeflickt und ich bin bereit, wieder zu kämpfen. Wenn du jemand an mich glauben wolltest, wenn ihr eine gute Bogenschützin braucht, um euch durch das Chaos hinter Stormbridge zu bringen, kann ich euch helfen. Ich brauche nur etwas Gold, um meine Heilung zu bezahlen. Wie wäre es? Leider nicht. Tut mir leid. Wir haben leider kein Geld mehr. Aber je nachdem, ob wir nach Stormbridge zurückkommen und wie viel Geld wir danach haben, würde ich ganz gerne doch danach mal vorbeischauen. So, wir rüsten uns hier erstmal kurz aus, richtig? Es scheint nichts mehr zu sein. Ne, wir waren jetzt in allen Häusern. Hier sind noch zwei Wachen. Wenn ihr auf dem Weg nach Norden seid, nehmt euch in Acht. Wir haben seit dem gestrigen Angriff aus dieser Richtung nichts als Krux kommen sehen. Wenn ihr den Funkelhüllenpass von Feinden räumt, wäre es für uns viel einfacher, die Straße zu sichern, sobald der Hauptmann dazu den Befehl gibt. Okay, ein weiterer Auftrag. Hier ist übrigens das Auftragsbuch. Hier haben wir alle Missionen. Räumt Edgars Keller, haben wir ja schon gemacht. Was ist eigentlich das hier? Kapitel 1. Achso, das ist Kapitel. Räumt Edgars Keller, haben wir gemacht. Und sucht Guillaume in Stormbridge auf, haben wir auch. So, dann haben wir hier noch ein paar Fähigkeiten, ein paar Quests. Ordus Axt. Stellt Ordus Axt im nördlichen Wachtturm sicher. Das ist wahrscheinlich eine der Waffen aus dem Lager, aus dem Arsenal. Gut, das werden wir auf jeden Fall machen. Überbringt Kions Bericht. Überbringt Kions Bericht an den Stadthalter von Gletschertal. Sichert den Funkelhüllenpass. Macht für die Miliz von Stormbridge den Weg zur Funkelhülle frei. Okay. Nachricht einer Schwester. Überbringt Ellas Nachricht an ihre Schwester Ada in Gletschertal. Gut, das sind ja dann erstmal alle Quests, denke ich mal. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Oh, automatische Speicherung. Und wir befinden uns im nördlichen Teil, im nördlichen Ausgang von Stonebridge. Reise zum Stadthalter. Kapitel. Das ist, glaube ich, ein Killer-Grämer, ja. Dann hauen wir den nochmal um. Komm her. Gut. Die scheinen alle nicht so viel drauf zu haben. Oh, was ist das denn da hinten? Hallo. Sieht aus wie ein alter Brunnen. Da ist noch ein Killer-Grämer. Hühnenhafter-Grämer. Alter Schwede. Warum greift Gion eigentlich nicht an? Zu blöd, oder was? Oh mein Gott, wie viel Geld hat der denn fallen gelassen? Mein Gott, ich weiß, wer ohne Hühnenhaft war. Der hat erstmal locker flockige 70 Gold gefressen.